dann let's go ja ich habe nachher der formel 1 aber das sind noch zwei stunden ich würde sagen machen wir jetzt noch Moskau und dann machen wir Feierabend dann können wir den Rest morgen machen morgen habe ich ein bisschen mehr Luft ja mach ich gleich wie gesagt die erste Folge kommt aber erst sehr spät also am 28 ich habe also noch ein bisschen Luft ich glaube wenn die jetzt rauskommen 28 bis 2.3.4.5 es müsste der 6.7 sein wenn die Folge jetzt hier kommt wo jetzt gerade dran sind warum so spät? weil Mafia Feuer noch kommt also Mafia 3 Let's Played und da bin ich jetzt gerade erst bei Folge ich glaube 71 ist glaube ich heute rausgekommen und bis 82 geht es geile spiele übrigens mal vier war eine geile story nach dem stammt auf computer gefördert schon etliche jahre her das habe ich auch so wie make eigentlich nur gewesen oder zu der 3 bringen wir auf und macht ja 3 ja wieso nur 3 ne wieso nur 3 Leute äh wir haben in wendi fehlt noch äh der fitter jetzt äh der äh der äh der ähm Die ist aber mit in der Gruppe noch drin. Wir haben ein Bot drin. Kannst du nachschauen? Die sind weg! 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 Jetzt können wir uns nochmal abbrechen. Wir müssen helfen! Die Straße ist verletzt. Wir müssen weg! mein weg ist dass wir den schnee das sind natürlich gerade extremer metro exodus russland schnee das ist ja nämlich gerade mega das hätte ich von metro exodus ja quasi durch haben fehler gemacht dass ich nicht weiter kam ich muss es leider abbrechen quasi aber es ist eh kurz am ende gewesen und so viel war nicht mehr ja ja nicht ich will trotzdem war trotzdem ärgerlich ich hätte gerne das ende noch erlebt we got to move es munition Ich bin der Weg durch das Museum. Ich bin der Weg durch das Museum. kann man wieder munition auffüllen wobei sagen wir sind support aber der reingehüpft das ist mein kollege kommt nach moskau noch ein kapitel jahre ja ja wenn wir es schaffen wirklich also ich müsste im spätestens 20 uhr hier raus das heißt anderthalb stunden jetzt etwa noch stay quiet wie gesagt ansonsten machen wir heute in moskau noch zu ende dann machen wir den rest morgen bevor wir sind unnötig abhetzen hallo irgendwas sitzt auf mir weil ich bin kein fan davon mich um die abzuhälte sind spieler so zu waschen ich weiß nicht wie ob es bei euch allen so passt 18 uhr morgen da kann ich morgen nämlich noch ein bisschen weit anders machen alles projekt machen weil ich bin über das woche jetzt weg vier tage will zumindest die videos rauskriegen vier projekten pro tag wusste bis dran halten der gta3 mafia ist abgedreht dort vier und äh mit exodus ist fast durch jetzt danach kommt frage bei primal aber cool Alter, komm ab. Ja, es ist immer was anderes. Ach so, da ist noch irgendwie was unterwegs. Ach. Das hier habe ich mal irgendein Video im Livestream gesehen, das ist dieses Rebellier. Das ist alles, was ich wirklich noch mitbekommen habe. Aber es macht lauter, das ist mal was für, ja, was kurzes für zwischendurch, sagen wir es mal so. Ach du Scheiße. Das ist mal Schicht und Schach dort. Oh, Munition vor allen Dingen. So. So. Ich finde das noch ziemlich realistisch mit dem Friendly Fire. Ja, ja, also das ist ausgestellt, dass man quasi seinen Verbindeten anschießen kann. Dass man da noch ein bisschen auffassen muss, das meine ich. Ja, das stimmt, aber ob wir uns die Betrachtskraften nicht haben, muss man so echt fatal werden. Weil dann macht es richtig damage. Ja, das stimmt wohl. Ja, das stimmt wohl. Aber die sind noch nicht ziemlich, aber nach und nach. Ja, kann ich durchaus verstehen. Ich fülle mich an. Oh, ich bin der Wasser. ich habe viele sind das ja keine ahnung warum in denen komme ich nicht nach ja ist schwierig die alle eine eintrittskarte haben da kommt der nächste hallo mein kollege bleiben ich muss hier mal aus dieser ecke raus top 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 schöne granaten gerade ist aber die effektivste variante gerade werden wir kommen ja aus allen löchern gekrochen ja ich wollte mich eigentlich nur mal kurz rausziehen und heilen das war der plan an der sache geht aber mir steht uns klima für den fall dass ich brauchte gerade mal ein bisschen zum atmen aber das ist hier steht uns hinter der stadt da hat ja nichts zu tun kein job keine familie weiter ich bin tot tschuldigung das passiert etwas mal und der war kalt rückwärts zwei sekunden gleich ich will ja Nein! Danke! Oh ich hätte wohl alles gewesen zu sein okay ich sage nichts es gibt keine Ahnung, es funktioniert nicht die Tür sind unlockt, wir gehen aus hier oh, da war es in mir ich bin aufgelistet ich bin nicht weg Oh, wer hat das? Der war so mit der Funksteam. Ich bin kein Zombie, ich sehe nur so aus. Ich bin es nur so. Es ist Montag, ich habe keinen Kaffee. Ah, jetzt ist mein Liegenkollege. So, das habe ich gewusst. Oh, ich kann nicht mehr laufen. Hat sie nicht gesagt, hat sie nicht gesagt. Warte, ich wollte nicht, dass der Luft schießt. Da kommt direkt der Karma. Oh, ich weiß nicht. Let's go. Oh, die Verwandskästen hier unten. Hier, wo ich stehe, ist mit den Verwandskästen. Richtig in die Treppe. So. 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 Okay. Ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. halt quasi ein bisschen. Okay. Jawoll, Stochraminer Level 5. Unverbesserte MP Level 5. Hahaha. Jetzt haben wir richtiges Geld, aber keine Kohle. Ja, witzig. Mal fünf Level heute gemacht. Bisher. Der Schlüssel zur Start. Das machen wir dann morgen.